Figure it out, I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they find me... Da seid ihr ja. Nun, es ist langsam an der Zeit, euch die Wahrheit zu sagen. Doch ich fürchte, zunächst gibt es noch ein Gesuch, das ihr mir erfüllen müsst. Werdet ihr mich anhören? Danke. Erneut beweist ihr eure Güte. Ich werde erstmal in mein Zimmer zurückkehren. Bitte kommt wieder. Ich werde auf euch warten. Klar. Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit mehrere erkrankte Geishas verschwunden sind. Ich habe mich entschieden, das zu untersuchen. Und herausgefunden, wo sich eine gewisse Geisha gerade zur Behandlung aufhält. Ich würde mir keine Sorgen machen, wenn ein Arzt sie behandeln würde. Aber es scheint gar keiner vor Ort zu sein. Das ist noch nicht alles. Wie mir scheint, tun alle so, als würden sie nicht bemerken, was da geschieht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Werdet ihr so gütig und würdet nach dieser Geisha sehen? Ich werde mich in der Zwischenzeit weiter umhören und versuchen, mehr herauszufinden. Ich danke euch. Tut so, als wärt ihr ein zahlender Gast. Dann könnt ihr euch sicher unbehelligt dem Zimmer nähern. Ich wünsche euch viel Glück. Okay. Und damit ein herzliches Willkommen zu Rise of the Runen. Du Junge, wo geht's hier lang? Hä? Ist es immer noch drin? Oh wow. Die lässt dich so ficken oder so. Ich bin da. Los raus. Du störst die Behandlung. Unsere Geishas sind unser ganzer Stolz. Aber wenn sie nicht arbeiten können, sind sie nur Ballast. Und uns fehlen die Mitte, sie durchzubringen, bis es ihnen besser geht. Jetzt, wo du das gesehen hast, habe ich keine Wahl. Männer, räumt sie aus dem Weg. Glaub ja nicht, du kommst mit dem Leben davon. Ja, bitte. Mach es euch nützlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Warum helft ihr mir? Für mich kommt jede Hilfe zu spät. Mein ganzer Körperschmerz, meine einst so schöne Haut ist. Wenn ich kein Geld mehr einbringe, ist für mich in Yoshihara kein Platz mehr. Ich kann höchstens fliehen. Aber selbst dann würden sie mich trotzdem finden und dafür sorgen, dass ich für immer schweige. Mir helfen? Das ist sehr gütig. Aber ich mache mir keine Hoffnungen. Okay. Über uns. Oh, hier. Ja, wenn wir gerade da sind, besser als Goa nix. Jetzt gehen wir wieder straight away zurück. Mal gucken, was Taka jetzt hat. Ich nehme mal an, ihr habt das Mädchen gesehen? Ging es ihr gut? Ach, verstehe. Mehr kann ich wohl nicht von euch verlangen. Was neue Erkenntnisse meinerseits anbelangt, mir ist nun die gesamte Tragweite dieser Angelegenheit bewusst. Die Mädchen, die verschwunden sind, wurden irgendwo unter Tage getötet. Und ihre Leichen wurden am Saihoji-Tempel begraben. Wir müssen die anderen Mädchen wissen lassen, dass es mit diesem Schrecken nun vorbei ist. Vielleicht wird das ihnen wenigstens ein kleiner Trost sein. Ich kann nur hoffen, dass sie nun in Frieden ruhen. Gerüchten zufolge hat ein Beamter des Schogonats die Kranken getötet. Er soll das Freudenviertel auf der Suche nach neuen Opfern durchkämmt haben. Das ergibt durchaus Sinn. Viele sind frustriert darüber, wie das Schogonat die Epidemie bekämpft. Ein Zeichen dafür, wie unglücklich das Volk wirklich ist. In der Tat. Ich hoffe, dass sich jene, die sich in den Schatten verstecken, eines Tages so frei bewegen können wie jene, die im Licht leben. Ich habe mit dem Kopf von Yoshihara über den Mann geredet, der hinter all dem steckt. Aber das Freudenviertel ist arm und besitzt keinerlei Einfluss. Also würde ich nicht darauf wetten, dass er irgendetwas unternehmen wird. Der Mörder lebt ungestraft weiter, während wir beide an unser Gewissen gebunden sind. Das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Ja. Mehr kann eine Frau meines Standes nicht tun. Vermutlich hatten die Frauen eine ähnliche Einstellung wie ich. Sie haben sich auch nach Freiheit gesehnt. Als wir uns das erste Mal trafen, erschien ihr mir so frei. Aber in Wahrheit hat eure Vergangenheit auch euch in Ketten gelegt. Wir beide verbergen schon unser ganzes Leben lang unsere Fesseln vor der Welt. Obwohl wir sehr verschieden sind, haben wir doch viele Dinge gemeinsam. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich euch bat, diese Bilder aufzunehmen? Ich habe das Gefühl, wir sind uns seitdem so viel näher gekommen. Es heißt, dass der wahre Sinn einer Kamera darin besteht, jemandes Erinnerungen festzuhalten. So habe ich das im Freudenviertel nie wirklich betrachtet. Wie wäre es, wenn wir noch eine Aufnahme machen? Und zwar hier und jetzt. So können wir sicher gehen, dass wir diesen Moment nie vergessen. Ich hoffe mal, dass ihr wisst, was ihr da tut. Ich muss gestehen, es macht mich äußerst nervös, mal vor der Kamera zu stehen. Ich hoffe, dass ihr gut auf dieses Foto achtgeben werdet. So kann ich immer bei euch sein. Also, das eigentliche Problem. Ich vermute, ihr fragt euch, weshalb ich Fürst Yi verraten habe. Ich muss gestehen, dass wir beide, dass er, er, er ist mir sehr wichtig. Genau genommen ist diese Haarnadel ein Geschenk von Fürst Yi. Doch nun verhalten sich die Dinge anders. Es hat sich so vieles verändert. Auch was meinen Herrn und mich angeht. Der Mann, den ich einst kannte, ist nun der rote Dämon. Und die Wahrheit ist, dass ihm diese Rolle so einige Opfer abverlangt hat. Die Säuberung mit anzusehen, hat mir die Augen geöffnet. Mir ist nun klar, dass er aufgehalten werden muss. Und wer könnte das besser als ich? Es fühlt sich an, als hätten all die Jahre an seiner Seite zu diesem Moment geführt. Dass ich Fumi zur Flucht verholfen habe, könnte mich das Leben kosten. Doch es war die richtige Entscheidung. Ja, kein Zweifel. Und trotzdem habe ich auf einmal furchtbare Angst. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass bald irgendetwas Schreckliches passieren wird. Was meint ihr? Was soll ich tun? Das ist genau das, was ich von euch hören wollte. Jetzt geht es mir weitaus besser. Bitte verzeiht mir, dass meine Emotionen mit mir durchgegangen sind. Ich frage mich, ob ihr euch dem Satsuma-Aufstand anschließen werdet? Ich zeige euch eine Gasse, in der ihr vor den Blicken des Shogunats sicher seid. Ich wünschte nur, dass ich mehr für euch tun könnte. Sagt mir, wenn ihr bereit seid zu gehen. Bis zum nächsten Mal. Wollen wir zur Satsuma-Siedlung in Edo aufbrechen? Ja, stellt euch nur vor, wie schön das wäre. Wie ihr wünscht. Ja, eine sehr gute Idee. Schließlich habt ihr den weiten Weg zu mir auf euch genommen. Jetzt, wo ich so mit euch spreche. Ihr habt euch seit unserem ersten Treffen verändert. Damals habt ihr so wild gewirkt. So frei. Doch nun weiß ich, dass noch weitaus mehr in euch steckt. Ich wusste es. Es sind eure Augen, die euch verraten. Unter eurer Fassade der Stärke kann ich eine große Trauer erkennen. Ich kann spüren, dass ihr in der Vergangenheit Schreckliches durchgemacht habt. Dass einige eurer Wunden nie ganz verheilt sind. Habe ich recht? Man könnte sagen, ich habe einen sechsten Sinn für so etwas. Wisst ihr, ihr habt eine so gütige Seele. Ihr seid zu meiner Rettung gekommen, als ich in Gefahr war. Nicht wahr? Ich wünschte nur, ihr könntet spüren, wie unglaublich erleichtert ich war, als ich euch erblickt habe. Ich könnte mir beinahe vorstellen, mich euch eines Tages vollständig hinzugeben. Ich fürchte, ich habe zu viel gesagt, nicht wahr? Eure Augen sind schuld. Es ist so leicht, sich darin zu verlieren. Es ist so leicht, sich darin zu verlieren. Nun, ich würde meine Zeit gerne der Shamisen widmen. Nicht, dass ich das jetzt nicht auch schon tun würde. Allerdings macht es einen großen Unterschied, ob man als Geisha für seine Kunden spielt oder seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Eines Tages vielleicht, wenn ich diesen Ort jemals verlassen sollte, wäre es bestimmt schön, die Künste zu vertiefen, die ich hier erlernt habe. Oh, ich weiß nun schon seit geraumer Zeit von euch. Jede Nacht heilen alle möglichen Gerüchte durch die Straßen des Freudenviertels. Überall passiert gerade sehr viel. In Edo, in Kyoto, im ganzen Land. Natürlich habe ich von dem furchtlosen Ronin gehört, der in Yokohama aufgetaucht ist. Ich bin schon gespannt darauf, was ihr als nächstes tun werdet. Ja, gemeinsam. Du schließt dich uns also an? Die Truppen des blauen Dämons wollen zu Prinzessin Aksko. Die Ränge des Shoguns scheinen zerstritten. Wenn sie die Prinzessin in Gewahrsam nehmen, wird der Satsuma-Klan auch zur Geisel. Du warst es, die Fumi zurückgebracht hat. Ich bin dir äußerst dankbar. Nun sind uns nicht mehr die Hände gebunden. Überlass das uns. Begebt du dich in Sicherheit. Bitte, gebt auf euch Acht. Ich werde warten. Und wir helfen jetzt den Satsuma. Bereit? Ich dachte, du würdest die Dinge so sehen wie ich. Weshalb hast du Fürst Yves verraten? Ich weiß, es war sein Pflichtgefühl, das ihn angetrieben hat. Aber er musste aufgehalten werden, um ihm noch mehr Leid zu ersparen. Ich bitte dich. Dieser Verrat wird dich jetzt dein Leben kosten. Keine Sorge. Ich werde ihm so loyal dienen, wie du es einst tatest. Bitte. Sag. Meinem Herrn. Seit der ersten Begegnung in Hikone war ich stets glücklich. Willst du mich verarschen? Stirbt die offiziell oder kann man Taka retten? Ja, das muss ich jetzt kurz googeln. Ähm, rise of the... Hier, Tagore, äh, mehreren Gefährdenden. Hm. Wir haben die Antworten, die sie suchen. Seien sie jedoch gewarnt, dass wir uns mit einigen befassen müssen. Massive Spoiler, bla bla bla. Leider scheint die Antwort Nein zu sein. Sie können Takamu, Murayama in Rise of the Runes nicht retten. Egal was sie tun oder wie oft sie versuchen, die Missionen rund um diesen entscheidenden Moment zu wiederholen. Wenn andere Charaktere wie Yoma, also wie Ryoma, Sakamoto durch einige Machenschaften, Testament of Souls gerettet werden können, ist Takas Tod ein Drehbuch und wird nicht von ihren Entscheidungen beinflusst. Wow. Aua. Also, es ist mir schon bewusst, dass wir zum Beispiel Kokoro verlieren können oder eben Ryoma, aber dass das so hart ist... Es berührt mich, Teil dieser Gruppe zu sein. Ja. Ich bemühe mich, dich nicht zu enttäuschen. Wir müssen Prinzessin Atsko finden, bevor unser Feind tut. Somit fehlt uns eine wichtige Verbündete. Aua. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Aua. Was ist das? 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 Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Warum sollen wir jetzt aufhören? Wir sind bereit, in der Hauptstadt einzumaschieren. Eine Nachricht über Vater, euren Herrn. Er ist erkrankt und dann verstorben. Nein! Ohne meines Vaters Armee. Nein! Können wir nicht voranschreiten. Wir müssen die Waffen niederlegen. Jedenfalls für heute. Doch gebt die Hoffnung nicht auf. Sein Traum lebt weiter. Zusammen werden wir sein Vermächtnis fortführen. Nochmals vielen Dank für all die Mühen. Nun können wir nichts weiter tun, als zu warten, so schwer es mir auch fallen mag. Ich werde mich in die inneren Gemächer zurückziehen. Mit dem Ableben meines Stiefvaters wird der Satsuma Clan in seinen Grundfesten erschüttert. Jetzt liegt seine Zukunft in deinen und Saigos Händen. Aber uns fehlt die Erfahrung und unser Meister ist fort. Du kennst Saigo besser als jeder andere, oder nicht? Macht eure jeweiligen Schwächen gegenseitig wett, um die Zukunft des Clans zu sichern. Ja, Prinzessin. Ich danke dir. Und wie sagtest du noch gleich, war dein Name? Was ist das denn für eine Antwort? Jeder braucht einen Namen. Nicht wahr, Prinzessin Sato? Was für eine merkwürdige Person. Wir werden sicherlich die Möglichkeit haben, länger zu sprechen, sobald sich alles beruhigt hat. Bis zum nächsten Mal. Ich bitte um Vergebung, mein Herr. Ich habe die Sturheit der Prinzessin unterschätzt. Du hast die Angelegenheiten also selbst in die Hand genommen. Aber wenigstens ist die Prinzessin ruhig gestellt. Vorerst. Sehr gut. Gönn dir Ruhe bis zu meinen nächsten Befehlen. Los. Gay. Wir sind Herr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 haben wir jetzt wirklich in dieser kurzen zeitspanne von zwei stunden schon mehr kramsch wieder gefunden als wir eigentlich brauchen die werde ich nie wieder verwenden im ende schon wieder bei den schuhen aber das war es eigentlich wie gesagt auch von der folge ich wollte einfach noch mitnehmen damit ihr seht was ich gemacht habe verstanden so dann hier der hut von ihr das auch richtig traurig wir sehen uns wonach suchst du verlegen verstanden wir sehen uns kann ich bei dir noch was kaufen ein drachensperren wir sehen uns moment verbessere ich noch gar nichts solange ich wie soll ich sagen es bringt mir nichts was zu verbessern solange ich an jedem meter noch eine neue waffe finden kann weil ja ihr seht schon und wenn ich jetzt hier die upgrade und dann finde ich eine mission später 300er 300er katana oder sei es auch nur ein 250er katana was golden ist und die besten stats hat dann kann ich mein schon wegschmeißen also deswegen ab endgame kann ich das sehr gut machen mal upgraden aber jetzt weil ich weiß dass wir aus zuverlässiger quelle noch eine stage haben werden deswegen werde ich davor definitiv nichts upgraden also das sage ich so wie es ist und daher bis zum nächsten mal meine freunde das sage ich wir sind zwei die Untertitelung des ZDF für funk, 2017